Go Hier waren wir da schon mal Ach, das ist ja Quatsch Können wir noch nie weiter? Ach, das sei jetzt Quatsch Die Macken Immer schön in die Ecken gucken Vielleicht ist ja mal was versteckt Ey Gehen die einfach ohne mich weiter Das ist ja schlimm Drück, 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 drück Ich helfe dir mit Bis wegen Sicherheit Das geht ja Jenny Gibbs Jr. was a legend Oh Gott Wollte der würde ohne mich, ne? Ja, so wär's, wie gesagt, wenn ich schon gesagt in Sicherheit gewesen Wir wollten, dass du in Sicherheit bist Aha Okay Nein, sieh nicht Sieben, aber Was sagst du? So, wir gehen wieder hin Wir gehen erstmal hier drinnen, die holen Ich geh hoch Jeder muss hoch Ich geh hoch Ich geh hoch Und dann gehen wir hinten den holen Die beiden Wenn ihr wollt Kommst du mit, Ginko? Mhm Da hinten Ganz hinten durch Da geht ihr die zwei links dort holen Ja? Ich hol mal schnell den rechten Bist du da, Ginko? Mhm Und schnapp dich Ich kann ja unterm Rock gucken Ja, Zoe, wenn du auch mal auf mich schießen würdest Äh, auf den Zombie hier ich hab'n Ich werd' mich gleich mal heilen, also wartet mal kurz Redeladen Gut, wir können rennen Wir können rennen Gut Ich nehm' den hinteren Wenn ich hier durchkomme Ich hab' ihn Wir können gehen welchen gehen wir jetzt zu holen müsste doch hat er die alle ja wir haben sie gehen wir hier hinter war achtung ich habe wieder ein zünder ja wieso krieg ich die zünder immer ich kann nämlich diese hier ist auch hier ist auch noch ein roter irgendwo hier ist auch noch ein spitter irgendwo ich habe einen hunter ja coach guck einfach nur zu gucken kurz zu können los holgen hoch coach du kannst mir auch helfen Wo ist die denn hier an der Ecke? Ach, da drinnen. Ja, hier. Oh, ein Tank. Nein. Doch. Doch. Der kommt zu dir, Sven. Das ist schön, ich kann nämlich nicht rennen. Hier ist noch ein Charger. Und ich bin schon wieder am Boden. Sven am Boden? Nee. Gut. Wo ist denn der Tank hin? Der ist bei uns hier unten, der ist down. Hier ist ein Splitter. Nee, das war ein Rotter. Das war ein normaler Rotter bloß. Nie heilen, wenn ich kämpfen will, Mann. Wer denn? Wer hält denn hier? Wem? Hier, der Coach. Coach? Nein, jetzt bin ich wieder geritten. Danke dir, hinter dir. Ich bin ja weg. War dort hinten noch einer, Sven? Kann sein. Ich bin immer weg. Erstmal die Zombies wegmachen und dann Coach hochhelfen. Ach, das ist Coach. Hilfst du? Ja, ja. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Äh, Tinko wurde gezüngelt? Coach schaut natürlich immer wieder an. Oh Gott, ich wurde angesprungen. Sven. Sven wird geritten. Ich wollte dich gerade helfen. Äh, Coach ist bei dir. Lass du mich doch mal in Ruhe, du hässliches Vieh. Ich mach dich brei. Coach kommt dir zu Hilfe, Sven. Der schießt aber schlimm. Boah. Hilft er dir? Pass auf, du wirst da angesprungen. Das sah lustig aus. Coach will dir hochhelfen und wird angesprungen. Coach, das sind die meisten. Das sind die mitgezimmelt. Das ist ein, die mitgezimmeln. Hallo! Hallo, ich schreit! Was? Wie Luis jetzt geschrien hat. Luis? Ja. Ja.